Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich bin Rino, hier habe ich meinen guten Mitbesprecher-Kumpel Zero am Start. Hallo Zero. Hallöchen, Popöchen, wie geht es? Wunderbar, ich hoffe dir auch. Wir reden heute über Caddo Lake, ein Film, der eigentlich ein HBO Max Streaming Original ist. Und weil es das hierzulande nicht gibt, kriegen wir dafür einen Kinorelease davon. Wie ist das denn? Auch nicht verkehrt. Der Film ist von Logan George und Celine Held, die den Film auch geschrieben haben. Produziert ist das Ding von keinem Gerinnern als M. Night Shyamalan einmal wieder. Das ist, glaube ich, irgendwie der, oh Gott, ich weiß nicht, wie viele Shyamalan-Besprechungen ich hier schon gemacht habe. Tochter von Shyamalan, produziert von Shyamalan, Shyamalan hier, Shyamalan da. Das war bisher immer so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, wie man da an den rangeht. Diesmal hat er aber wirklich in erster Linie produziert. Das heißt, wenig kreativen Einfluss. Ich finde, man merkt es auch ein bisschen. Jetzt, Caddo Lake ist kein Horrorfilm, aber so ein Mystery, nicht ein Thriller, aber auf jeden Fall ein Mysteryfilm, bei dem es viel darum geht, was denn jetzt hier eigentlich los ist. Deswegen sind wir ein bisschen vorsichtig, würde ich einmal sagen, wenn wir drüber reden, weil sobald man ein bisschen zu sehr die Katze aus dem Sack lässt, dann ist der Drops gelutscht im Prinzip. Deswegen sind wir ein bisschen vorsichtig und ich denke mal, damit wir trotzdem nochmal im Detail über ein paar Dinge reden können, machen wir nachher nochmal eine gezielte Spoiler-Warnung und reden nochmal ein bisschen tiefer drüber, worum es denn jetzt tatsächlich geht. Zero, Hauptdarsteller ist Dylan O'Brien und Eliza Scanlon spielt. Ellie, worum geht es in Caddo Lake? Ja, wir haben, wie du schon erwähnt hast, Dylan O'Brien ist die Hauptrolle, der spielt Paris. Der hat einen sehr harten Schicksalsschlag, er verliert seine Mutter beim Autounfall. Er kann sich aus dem Auto noch retten, aber seine Mutter halt nicht. Danach halt das normale Spiel, Alkohol, Drogen und so weiter. Und dann haben wir auch, wir kennen es, also es ist ein normales Wochenende bei einigen von uns. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch Ellie, das ist so eine Teenagerin, ich würde die mal so zwischen 16 bis 19, würde ich die einschätzen. Und die lebt mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und ihrer Stiefschwester zusammen. Und ja, die Stiefschwester, die Achtjährige, die verschwindet. Und dann geht es daran, die zu suchen. Das ist ihr Story-Arc. Und die treffen auf ganz besondere Weise irgendwie zusammen, die beiden Geschichten. Genau, die werden ja erstmal komplett separat behandelt. Und am Anfang fragt man sich tatsächlich auch die ganze Zeit, wie hängt das jetzt irgendwie zusammen? Die haben nichts miteinander zu tun, die treffen sich nicht. Die Storys hängen irgendwie gefühlt nicht zusammen am Anfang. Aber dann halt am Ende natürlich schon, also auch schon vorher. Es passiert jetzt auch noch relativ viel anderes mysteriöses Zeug parallel. Also wir haben einen sauber entzweigenschnittenen Alligator, der plötzlich da gefunden wird, was irgendwie weird ist. Wir haben Motten, die gefunden werden in diesem Sumpf in Louisiana, wo auch dieser namensgebende Kettle Lake ist. Da können wir vielleicht auch einmal kurz drauf eingehen. Der ist, das ist einer von den wenigen Naturseen, die es in Texas und ich glaube Louisiana da an der Grenze irgendwo ist. Und der ist dann in den 50ern oder so hat man den tatsächlich mit dem Staudamm noch irgendwie verstärkt. Da spielt das, das ist der namensgebende See. Der ist als See irgendwie auch schwer erkennbar teilweise. Das ist so ein Louisiana Bayou im Prinzip, wo diese Wasserbäume irgendwie da so draus emporwachsen die ganze Zeit. Wie fandst du das Setting? Also das Setting an sich fand ich ganz stimmig, so am See. Ist mal ganz nett, was anderes wäre jetzt gelogen. Ich habe letztendlich erst einen Film gesehen, da waren sie auch an einem großen See, aber anders. Und hier kam mir das teilweise auch so wie so eine Sumpflandschaft so ein bisschen vor. Zumindest so wie die Bilder eingefangen sind. Ich fand das schon sehr interessant. Und ja, oh Gott, jetzt ohne das jetzt, ohne was wegzuspoilern, ist jetzt schwierig. Ich fand auch, wie der dargestellt war in verschiedenen Szenen, ist natürlich dann auch Hammer. Weil man sich dann, weil man dann denken konnte, okay, der sieht dann so aus das eine Mal und das andere Mal sieht der halt ein bisschen anders aus. Der See. Und das fand ich halt gerade richtig interessant, so diese Entwicklung da zu sehen. Ja, ich fand auch die Naturaufnahmen irgendwie dann doch durchaus gelungen. Es ist irgendwie sehr atmosphärisch, das Ganze inszeniert. Es trägt natürlich zu der Stimmung bei, die hier etabliert wird. Und dieses, na irgendwas stimmt dann da irgendwie nicht. Und man merkt das dann auch so langsam. Und dann wird das immer ein bisschen stärker und ein bisschen stärker in Szene gesetzt und auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt. Jetzt, weiß ich nicht, ob wir schon, man kann echt wenig über den Film reden, ohne was wegzugehen. Es gibt auch einen, für mich einen riesigen Elefanten im Raum, den ich jetzt so offen direkt nicht ansprechen möchte, sondern erst ein bisschen später. Ja, viel mehr kann man echt nicht drüber sagen. Was würdest du sagen, hattest du eine gute Zeit oder wie war es für dich? Also noch Spoiler frei, kann man, glaube ich, noch gut dazu erwähnen, schauspielerisch machen die alle keinen Fehler. Also da ist keiner, der abfällt. Er macht, also Dylan O'Brien macht es wieder herausragend. Liza Scanlan trägt das auch mit in ihren Parts. Das fand ich alles wirklich gut. Wie gesagt, das hätte ich gerade gesagt, das ist wirklich nice. Ich fand ihn, in ein paar Teilen, da war irgendwie, er wollte dann irgendwie so verkopfter sein, als er hätte sein müssen in den Momenten. Also nochmal einmal mehr, ja, das könnt ihr euch jetzt nicht so gedacht haben, aber darum machen wir das nochmal so und so. Ja, er hätte einfach einmal mehr, einmal um die Ecke hätte gereicht als zweimal. Ja, mir fehlte halt, ich glaube, das will der Film aber auch gar nicht sein, mir fehlte aber irgendwie so dieser eine große Höhepunkt-Moment oder ein, zwei, weil der geht halt durch. Also der geht so straight durch und es kommt kein Knall irgendwie zwischendrin. Das ist so, also ich sag mal, Hitchcock hätte gesagt, das ist scheiße, weil bei ihm muss der Film ja gleich so mit einem richtig großen Knall beginnen und dann aber gleich noch weitergehen. Ja, aber. Also der Knall, das fand ich tatsächlich ganz spannend, wie er anfängt. Das ist tatsächlich diese Unfallszene und die ist schon, die finde ich schon beeindruckend. Das ist auch irgendwie so ein moralisches Dilemma, was, das merkt man, das geht dem Paris voll in die Knochen. Er stürzt halt als Beifahrer mit diesem Auto in den See rein, während seine Mutter irgendeinen Anfall, einen epileptischen oder sowas hat. Und man merkt, er versucht dir noch irgendwie zu helfen, aber ist nicht zu machen und er rettet sich dann selber raus. Also da sind auch mit Sicherheit dann Schuldgefühle mit drin, die da mit reingreifen, die dazu führen, dass er sein Leben so ein bisschen aus dem Griff verliert. Und das fand ich als Opening, fand ich das tatsächlich sehr interessant. Ich fand, guter bildlicher Vergleich für mich, wie dieser Film sich so ein bisschen anfühlt, war für mich, wie wenn du ein Puzzle hast, so ein Bildpuzzle. Und da wird dir jedes Mal so ein Teil aufgedeckt und gezeigt mit einem Teil vom Gesamtbild drauf. Und die einzelnen Teile, die umgedreht werden, die sind aber alle immer so weit auseinander voneinander und zeigen so wenig vom Gesamtbild, dass man so ein bisschen denkt, jetzt könntest du mir mal ein bisschen mehr geben, um mich dran zu halten. Und das dauert ein bisschen zu lang. Und dann, wenn sich das dann fügt zu einem Ganzen, dann läuft es auch, finde ich, dann funktioniert es auch echt gut und dann ist es spannend. Das Problem ist, wenn man das Bild dann sieht als Ganzes, manche werden sagen, Moment mal, das habe ich schon mal gesehen. Das Bild kenne ich. Das kenne ich so. Das war bei dir, soweit ich weiß, nicht der Fall. Deswegen würde mich noch interessieren, ohne zu verraten, wie die Auflösung gefallen hat. Also warst du zufrieden dann oder haben die dich hängen lassen? Also ich fand es gut, dass wir kein Hollywood-Happy-Ending hatten. Also nicht alles super golden und so. Das fand ich ganz gut. Das mag ich immer ganz gerne, wenn nicht beim Ende alle verheiratet in den Sonnenuntergang laufen, sondern auch mal einige vielleicht nicht gleich die Gewinner sind. Und ja, ich glaube, habe ich kannte, obwohl ich das, wo wir nachher drüber sprechen, nicht kannte, aber sowas in diese Richtung aber auch schon mal irgendwo gesehen habe. Und dann überlegt habe, ja, es ist cool, es ist ganz gut gemacht, aber ich kann auch verstehen, dass es in den USA direkt im Streaming landet. Das kann ich ja auch komplett nachvollziehen, weil es ist halt, von der Geschichte her ist es ein super Film. Man kann das verfolgen, man hat Spaß an diesem bisschen Miträtseln und allem. Wenn es dann zum Ending kommt, ja, dann hätte ich auch 10, 15 Minuten weniger gebraucht, um draufzukommen. Das hätte mir jetzt auch gereicht, aber ist so wie beim Sport. Man muss immer von dem Schwächsten ausgehen. Also mach mal 15 Minuten länger, dass jeder auch rafft, warum das so ist. Es ist halt dann so. Es ist aber auch cool. Aber es hat halt nicht diese großen Bilder, wo ich sage, ja, das braucht jetzt eine große Leinwand oder das muss krachen. Es ist, wie gesagt, es ist ein guter, ein ruhiger Film, den man auf jeden Fall sich angucken kann. Wahrscheinlich auch eher nochmal zweimal angucken sollte danach, weil ich werde den irgendwann bestimmt auf jeden Fall auch nochmal gucken zu Hause, weil bestimmt dann andere Sachen auffallen oder ich mir dann denke, ach ja, das ist ja wirklich clever gemacht. Da freue ich mich jetzt aber wirklich auch schon drauf, denen eine Zweifrichtung zu geben, um da auf ein paar andere Sachen zu achten. Ja, ich würde das tatsächlich ganz ähnlich einschätzen. Ich fand auch, das Streaming-Dings merkt man so ein bisschen. Also ich finde, das ist so ein richtiger Film für eingemuggelt in der Decke und irgendwie eine Tasse Tee oder eine heiße Schokolade dann nehmen und dann guckt man sich den gemütlich an. Ich würde jetzt sagen, auch wenn er dann so ein bisschen sich Zeit lässt, kann man auch mal kurz irgendwie woanders hingucken. Würde ich in dem Fall dann eher nicht empfehlen, weil man muss schon aufpassen, sonst macht es am Schluss, glaube ich, keinen Sinn. Aber ich sehe das auch so, als Kinofilm kommt der jetzt irgendwie nicht, da würde ich jetzt nicht sagen, ey, musst du im Kino gehen. Das Ding ist ja, er hat eine Szene, die eigentlich für so ein Kino gemacht ist. Da passiert was, wo ich dachte, okay, jetzt kommt so ein Kracher und das sind dann, was waren es, vielleicht drei, vier Sekunden wird das eingeblendet und dann ist es wieder weg. Also wenn es um den Damm geht. Und da dachte ich mir so, okay, das könnte jetzt mal kurz krachen, wenigstens für fünf, sechs Minuten. Da ist aber auch nur ganz kurz und das ist nicht opulent genug. Aber ey, möchte der Film auch alles nicht sein, was ich in ihm sehen möchte leider. Aber es ist okay, es ist ein guter Film. Ja, ich fand es auch keinen schlechten Film tatsächlich. Ich würde jetzt nicht unbedingt nochmal dafür ins Kino. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn mir ein zweites Mal tatsächlich ansehen würde, aus Gründen, über die wir jetzt gleich sprechen. Wenn ihr den Film gesehen habt und ein bisschen mit puzzeln wollt oder so, dann würde ich sagen, bleibt dran. Alle anderen würde ich jetzt wegschicken. Das ist vielleicht besser, weil wirklich, wenn man es weiß, für mich war ein Großteil dessen, was mich bei dem Film bei der Stange gehalten hat, wirklich dieses, was ist jetzt hier los? Und was ist mit dem? Was ist hier? Was ist da? Das Zusammenfügen und so, das ist das, was diesen Film spannend macht. Wenn man das jetzt gleich verraten kriegt oder irgendwie sonst mitkriegt, dann ist quasi das Wasser abgelassen aus dem See. Deswegen nicht vergessen, am 28.11. müsst ihr euch den angucken. Genau. Wunderbar, vielen Dank dafür. So. Sacre bleu. Spoiler alarm. Spoiler alarm. Spoiler alarm. Also, was ich ja ganz raffiniert fand, tatsächlich, ist, dass man am Anfang überhaupt nicht checkt, dass es hier um verschiedene Timelines geht, die gleichzeitig passieren im Prinzip. Also Paris Storyline, Ellie Storyline, das ist ganz subtil, ich glaube, wenn man zwei ist, fällt es einem auf. Dylan spielt ein bisschen ein paar Jahre vorher, 20 Jahre vorher, irgendwie so. Man wird das merken an keine Smartphones und anders die Optik, aber es ist jetzt nicht ganz so extrem wie wenn das jetzt irgendwie voll 80s und dann 2024 wäre oder so. Also, das ist sehr raffiniert gemacht. Was dann halt von meiner Seite so ein bisschen das Ding war, war, nachdem man langsam merkt, so, ah, okay, in die Richtung gehst du und dann kommt der große Reveal. Das ist ja wie bei Dark, der Netflix-Serie. Und das ist so der Vergleich, der sich sehr aufdrängt, auch teilweise bis in einzelne Szenen hinein, wenn dann Recherche betrieben wird am Computer und alte Fotos gefunden werden und so weiter und so fort. Ich halte es jetzt trotzdem noch irgendwie ein bisschen vage, aber der Kniff im Prinzip und die Lösung des Ganzen ist eigentlich Dark. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Ich weiß, dass du mir gesagt hast, du hast Dark nicht gesehen. Von daher ist es ja dann, weil dann, denke ich, ist das schon ganz geil. Ja, aber das ist, also, das ist ja nichts Neues, also auch bei Dark, ne, also, man kennt ja schon die Sachen von Zeitreise, dass dann irgendwie dann doch der Verwandte dann schon in einer anderen Timeline irgendwie aufgetaucht ist. Und da dachte ich auch so, ja, ich kenne das irgendwoher, die Versatzstücke, noch nicht so zusammengesetzt wie da. Wahrscheinlich ist das sogar der Film näher an Dark, ne, wie sie das nutzen als alles andere. Also, die einzelnen Verwandte-Tücke kannte ich auch schon und das, auch mit diesen Recherchen, das gab's auch oft, ne, dass sie dann die Bilder sich angucken und dann, ach, ja, das ist die Person und die. Und ich so, ja, okay, ist ganz cool, aber vielleicht hätten sie ja sogar noch, das wäre auch zu viel gewesen vielleicht, eine dritte Timeline nehmen können, ne, wo halt Anna, aber die Anna muss doch wissen, dass sie Anna ist eigentlich. Ne, also, das, okay, sie trifft ja, okay, sie trifft Ellie ja nicht, ne, das ist ja klar, okay, sie trifft Ellie nicht und sie trifft ihre Mutter in Alten, ja, die Valerin, die wird nicht so dumm gewesen sein, aber ich weiß nicht, hat sie die Freundin schon mal getroffen gehabt von ihm? Ne, glaube auch nicht. Nö, das müsste auch vorher sein. Auch vorher, also hat sie ihre Stiefmutter nicht getroffen. Der Autounfall, der Autounfall ist 1999, dann vergehen ein paar Jahre und dann steigen wir in den Film ein mit Paris, schrägstrich Dylan O'Brien, der immer noch dran zu kauen hat und dann ist es 2003 und parallel die Geschichte mit Eliza ist dann quasi heute, ne, 2023, dann fängt sich das dann irgendwie an zu überschneiden. Ich finde, dafür passt das, für die Spielzeit passt das sehr gut, ich finde, das ist so schon kompliziert genug, also man fängt dann schon irgendwie an, den Stammbaum irgendwie zusammen zu puzzeln und das gibt so ein bisschen Gehirnknoten irgendwie dann. Doch, ich finde das ganz gut, dass sie es nicht noch komplizierter gemacht haben, weil bei Dark läuft es halt echt, echt aus dem Ruder, also richtig übel. So ist es hier nicht und das ist eigentlich wunderbar adaptiert auf Spielfilmlänge und auch von der Komplexität her ist es genau so, finde ich, dass man am Ende einigermaßen zufrieden hier rausgeht und denkt, ah, okay, ja, dann habe ich geschnallt, das ist ganz gut. Und das Problem ist, wenn du Dark gesehen hast, dann ist es das auch. Es ist genau das Gleiche, es ist nichts anderes, sie nehmen noch ein bisschen den Inzest, nehmen sie noch raus, der findet hier gar nicht statt, da wird, glaube ich, sogar echt gezielt Wert drauf gelegt, dass Anna Lesers Stiefschwester ist und nicht die Halbschwester oder die leibliche Schwester. Das wird gezielt für mich. Oh ja, fuck. Ja, hast recht. Gott sei Dank. Ja, das ist da anders in der Serie und die wird dann auch viel komplizierter, aber er setzt dann auch nicht noch irgendwie was obendrauf oder so oder gibt dem halt nochmal einen Kniff, den Dark nicht hat. Es ist wirklich genau das Ding, quasi ein paar Folgen Dark, bis da das Rätsel, das erste Rätsel quasi raus ist und wo Dark noch viel, viel weiter geht, weil es natürlich auch mehr Spielzeit hat und eine Serie ist und das einfach länger auswalzen kann. Da muss der Film zum Ende kommen und da ist dann der gordische Zeitschleifenknoten, der ist nicht ganz so komplex, das tut dem eigentlich ganz gut, aber es ist halt auch nicht mehr. Und wenn man, wie ich fand, wenn man jetzt Dark gesehen hat, dann gibt einem der Film echt nichts obendrauf. Das ist schade in dem Fall. Wenn man jetzt das nicht kennt, glaube ich, dann könnte man eher Spaß drauf haben. Aber das ist halt auch das Problem, weil sobald man den Vergleich macht, dann weiß man es halt und mehr ist dann eigentlich auch nicht. Außer, dass man jetzt wirklich die Inszenierung gerne mag, dass man irgendwie die Landschaften gerne sehen möchte, dass man die Schauspieler gut findet. Das ist alles top und sauber und gut gemacht. Da gibt es echt nichts zu meckern. Aber das war ein bisschen enttäuschend. Man könnte das locker auch irgendwie als Adaption verkaufen, würde ich sogar sagen, mit einem anderen Setting oder einem Spin-Off oder irgendwie sowas. Dark on Water. Das fand ich echt ein bisschen schade. Was meintest du? Dark on Water. Ja, genau, irgendwie sowas. Was ich auch noch ganz geil fand, war eben die Geschichte von diesem Halskettchen, was da auftaucht. Anna, das Kind, was verschwindet, hat ein Halskettchen, was sie von ihrer, nee, von der Stiefmutter, genau, aus dem Kästchen klaut. Die hat das von früher, von ihr selber, aus dem Auto gefischt, als sie, sie kommt 2014 zur Welt und stirbt 1999 in einem Autounfall und hat halt die ganze Zeit dieses, dieses Halskettchen dabei. Und das geht dann durch verschiedene Hände. Also jeder von den Hauptcharakteren hat das Ding einmal, beziehungsweise Dylan hat es an einer Stelle sogar zweimal. Ich glaube, Celeste auch. Und das ist so ein Halskettchen, das hat das Sternzeichen für Krebs drauf. Also so eine liegende 69, ne? Dein Einsatz, Sero. Ich bin gerade... Nein. Ach so. Ach, Fiki, Fiki, Wumor. Scheiße. Pimmellook einfügenst du bitte jetzt. Ich habe erst gerade überlegt, dass du genau weißt, dass das Krebssternzeichen ist. Also ich gucke mir nebenbei das Poster hier auf, ne? Und da ist, auf dem Poster ist das auch auf dem Wasser mit so, ja, mit so Wellen. Ist halt dieses Symbol mit drauf. Ist das eigentlich gar nicht mal so unnahe, ist das Filmposter. Kann man auch mal sagen. Ja. Der Text... Ist das Krebs oder ist das Zwillinge? Also Zwilling, weiß ich. Ja. Aber was hat das dann mit der Thematik zu tun, wenn es Krebs ist? Das wundert mich. Ja, einfach weil es halt... Ja, es ist Krebs. Na, weil es halt so ein bisschen wie ein Unendlichkeitssymbol ausschaut. Ja, da habe ich auch ganz halt gedacht. Das ist halt das Ding. Und das Ding ist halt ein Zeitloop-Paradoxon in sich geschlossen. Also das hat keinen Ursprung. Das läuft da immer im Kreis. Aber es gibt nicht einen Punkt, wo das in den Loop eingeführt wird, wie das bei den Figuren der Fall ist. Das funktioniert, glaube ich, einigermaßen paradoxonfrei. Also ist auch gut konstruiert und gut ausgedacht. Und das Ding ist halt so ein... Das geht da im Kreis auf die Reise und kommt nirgends her und geht nirgends hin und hat auch diese Unendlichkeit als Symbol. Das fand ich einen ganz geilen Kniff. Das würde ich mir tatsächlich in einer zweiten Ansicht, da würde ich nochmal drauf achten. Ich habe es jetzt nach ein bisschen Recherche tatsächlich von den Autoren selber, glaube ich, kommt eine Grafik, da habe ich es bestätigt gefunden, dass es tatsächlich so ist. Ich bin aus dem Kino raus mit der Vermutung. Ich war nicht ganz sicher. Aber das fand ich tatsächlich ganz geil. Und eben auch sonst ist es echt solide konstruiert, wenn man das machen kann. Ich glaube, es ist echt sonst recht schlüssig an und für sich, was ja auch eine Leistung ist, solche Zeitschleifen, Paradoxon-Dingern irgendwie einigermaßen in sich schlüssig aufzuziehen. Und das in Spielzeit von einem Kinofilm und nicht in einer ganzen Serien-Season. Und du hast zudem ja auch immer noch diese ganzen Themen, du hast es vorhin auch erwähnt, bei ihm das hier mit dem Tod seiner Mutter und ob er dann Schuld dran hat, das spielt ja für ihn ganz viel Rolle. Also eine ganz große Rolle, bei ihr hast du dann halt dieses Familienleben, dass sie da irgendwie struggelt, sich einzufügen, die Ellie und dass auch nicht alles so wirklich klappt. Und ja, die haben alle schon geile Arcs, auch selber die Figuren. Das ist schon nicht schlecht geschrieben. Also das ist, der macht dir halt nichts verkehrt, das ist das Schlimme bei dem Film. Er macht wirklich null verkehrt. Aber wie ich beim Sex, er macht nichts verkehrt, aber er macht davon trotzdem noch zu wenig. Er macht zu wenig. Hast du deinen 69er-Jog, da ist er. Vielen Dank. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich tatsächlich auch so. Ja, ich denke, das ist auch ein ganz guter Abschluss. Ich weiß halt echt nicht, ob ich eine Empfehlung aussprechen kann. Ich würde sagen, ich würde eher auf Streaming neigen. Ich würde auch sagen, wenn ihr Dark gesehen habt und Bock auf nochmal das Gleiche, aber halt ein bisschen verdünnt, dafür kompetent, dann klar, haut rein. Wenn nicht, dann nicht. Ah, der kommt auch jetzt, wo ich überlege, nächste Woche sind ja ein paar andere Starts noch. Ah, da wird das schwer haben. Aber ey, wenn ihr eh im Kino seid und euch denkt, der Bus kommt erst in zwei Stunden, ich habe noch genug Zeit, er kommt in zweieinhalb Stunden, es gibt auch noch Werbung, vergesse ich immer. Ja, dann guckt euch den Film nochmal an, macht man nichts verkehrt, außer er kostet zwölf Euro bei euch im Kino. Dann könnt ihr die stecken lassen und warten, bis er im Streaming kommt. Aber ansonsten kann man sich den halt ja wirklich angucken. Er bringt keinen mehr Nutzen durch die große Leinwand und geileren Sound. Aber ey, ist es verkehrt, eine große Leinwand zu haben? Nein. Ja, aber nur für den Film alleine, jetzt sagen, ich fahre deswegen ins Kino, würde ich jetzt auch keinem 100 Pro empfehlen. Aber den Film an sich schon, den sollte man irgendwann auf jeden Fall sich mal anschauen. Ja, wunderbar. Gut, dann, das ist doch ein schönes Fazit, da bin ich auch mit einverstanden, da setze ich auch meine Unterschrift drunter. Und dann bleibt mir nur noch der Verweis auf unsere Webseite vom Tele-Stammtisch und zwar tele-stammtisch.de. Da gibt es alle unsere Folgen zum Streamen, zum Hören, dann alles andere auch, Spotify, YouTube und so weiter. Wir haben einen Discord-Channel, wo ihr euch reinklinken könnt und mit uns über den ganzen Kram hier quatschen könnt. Und eure eigenen Stammbaum-Theorien aufzeichnen und reinposten und gucken, ob das auch wirklich alles Sinn macht. Ihr seid alle herzlich willkommen. Und dann bin ich hier raus. Zero, dir gebührt das letzte Wort. Ich mach's kurz, denn ich muss erstmal zum Kaffee mit meiner Großmutter und kleinen Schwester gehen und sag Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.